Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und Shoshida für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus Patch 10.1 und zwar haben wir da unter Erkunden und dann Dracheninseln den Erfolg Uralte Steine, Küste des Erwachens. Und hierfür müssen wir insgesamt 5 uralte Steine quasi einmal anklicken. Und wo die sind, will ich euch jetzt zeigen. Wir sind natürlich einmal in der Küste des Erwachens und den ersten Stein habe ich hier unten gefunden bei den Koordinaten 60, 67 und dort haben wir an diesem Skelettdrachen einmal einen Stein dran liegen und den können wir einfach anklicken, können uns das hier dann alles durchlesen. Und ja, sobald wir das angeklickt haben, haben wir quasi hier für das Achievement schon mal den ersten abgehakt. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 51, 20. Und dort haben wir den nächsten Stein, lernt und gedeiht. Und damit sind wir dann bei 2 von 5. Ich schreibe es nochmal kurz auf der Map, also hier oben und dann einfach an diesem kleinen Baum dran. Dann sind wir beim nächsten und zwar habe ich hier ein kleiner Teil und der befindet sich, naja, in so einem Gewölbe drin. Wir sind jetzt hier einmal auf den Koordinaten 24, 53 und hier ist es so, dass wir in ein Gewölbe rein müssen. Der Eingang des Gewölbes ist quasi hier auf den Koordinaten 27, 61 und da, wenn ihr reingeht, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wir werden jetzt gleich nochmal rauslaufen, wir klicken das jetzt erstmal an, wo ihr lang müsst. Ihr müsst nämlich quasi in das Gewölbe rein und dann nach links gehen und zwar diesen Gang ganz zu Ende. Aber wir werden jetzt einmal rauslaufen, dann seht ihr das, wo wir gleich waren. Also ihr seht, das lag jetzt hier ganz am Ende. Und hier ist quasi dann der Eingang, also das ist da, wo man auch am Anfang der Expansion diese Schlüssel gefarmt hat, bei diesen Elite Darajir drin und dementsprechend, ja, hier kommt er dann quasi runter, also von da runter und dann lauft er hier, also wenn er reinkommt, nach rechts und dann ganz den Gang nach hinten durch. Dann sind wir beim nächsten und zwar ein Altaros-Ständer und der befindet sich jetzt hier nicht in der Höhle unten oder in den Katakomben, sondern oben direkt neben dem Instanzeingang auf 25, 56 und dort haben wir quasi die Inni und hier in der Ecke liegt das Ding drin. Das können wir anklicken und dann brauchen wir jetzt nur noch eins für das Achievement. Dann sind wir jetzt beim letzten und zwar habe ich jetzt hier so nah, so fern und das ist jetzt hier auf den Koordinaten 74, 56, hier neben dieser Plattform und ja, das klickt man an und damit müssten wir dann auch schon einmal mit dem EG fertig sein und haben dann einmal 5 Punkte eingeheimst. Ich werde jetzt die anderen Tafeln auch noch abfliegen, dafür gibt es dann auch nochmal extra Videos, könnt ihr gerne reinschalten, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao! Ciao!